Damit ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Part der Let's Play Tales of Cedar 2. Ich bin es, euer MCFX. Wir sind hier in einer merkwürdigen Anlage, den Epsilon Ruinen. Wir sind wieder mal in einer Splitter-Dimension und dort gibt es einiges zu tun. Wir brauchen natürlich den nächsten Wegweiser. Das wird dann schon Wegweiser Nummer 3, wenn ich ganz irre. Ein Schritt weiter, ein großer Schritt weiter hier, dass wir nach Kanan kommen. Und hier dann uns was wünschen können bei Origin. Mal abgesehen davon, dass dann auch der liebe, nette Chronostar wartet wahrscheinlich. Naja, zumindest hier gibt es den nächsten Wegweiser hier mit Odin. Und er hat ihm zumindest seine Gewalt und er scheint ihn uns nicht geben zu wollen. Er hat gemeint, er kennt alle unsere Schwächen und schon mal sehr viel Schönes anlässt. Ich tippe auf sehr Schlimmes, ich tippe auf Furchtbares, aber wir müssen da durch, Leute. Wir sind hier mit dem B-Team unterwegs. Das hat Elvin so genannt, dass wir nur das B-Team sind. Ich dachte, weil ich wäre Martin. So wie es aussieht, ist der Mahabert nur leider das B hier. Das B steht aber natürlich für Beste. So, ja, wir suchen hier noch ein bisschen Sachen ab. Vielleicht finden wir ja so die ultimative Superwaffe. Finde ich gar nicht mehr so schlecht. Aber ich bezweifle es hier. Naja, zumindestens, wir kämpfen uns hier weiter durch und hoffen auf das Beste. Was mit anderen Worten nur bedeutet, dass wir nicht sterben. Durchlaufen. So, dann gehen wir mal in diese unterirdischen Höhlen. Was gibt es hier Schönes? Wir sind hier wahrscheinlich auch super schön unterlevelt. So habe ich so das Gefühl. Wir hatten nie... Es ist so schlimm, Mann, wie die Gegner von der Welt zu den Dungeons einfach viel stärker werden. Also, ich meine, in unserer Welt, was wir halt so gemacht haben, was ja auch erst alles nach dem letzten Akt freigeschalt geworden ist, hat man keinen Gegner, der über Level 35 war. Jetzt ist jeder verdammte Gegner mindestens Level 45. Also, auch hier Standard gegen, okay, die besiegen wir trotzdem leicht. Aber trotzdem, trotzdem, wir sind... Keiner unserer Charakter ist überhaupt Level 40. Oder? Alle Level 39. Vielleicht schaffen wir es ja noch bis Level 50 schnell hier hochzuleveln. Wäre wahrscheinlich nicht schlecht, aber... Ich bin zwar, dass das so kommen wird. Ich freue mich auf den Boss-Fall, Leute. Dass wir einfach mal, dass 10-Level-Unterschied sind irgendwie bis zum letzten Fall. Letztes? Was war das Letzte, was wir hatten? Ich weiß es gerade gar nicht. Ähm... Das war... Ach, Leute, was war der letzte Hauptaufgabe? Ich erinnere mich gerade gar nicht mehr. Es passiert ja immer so viel. Ich glaube, wir haben... Nein, war das... Doch, das war das hier mit Gaius. Nee. Gaius war... Nee. Nee, jetzt weiß ich nicht. Es war das, wo Julius ausgebrochen ist. Das stimmt. Stimmt. Okay. Okay, äh... Und das heißt mit anderen Worten... Ähm... Ja, was heißt das? Gute Frage. Nein, das heißt mit anderen Worten... Ja, also es ist halt... Es ist halt echt schon lange her. Und da waren aber... Dazwischen haben wir nur Bonus-Zeug gemacht. Da haben wir keine einzige Hauptaufgabe gemacht. Äh... Hier, das war, wo Julius ausgebrochen ist. Und hier... Rodot getreten hat. Was sehr lustig war. Was er auch verdient hat. Und... Ja. Seitdem... Haben wir halt nur Nebenaufgaben gemacht. Und die letzte... Bossfighter... Das war dieser... Der riesige... Das war dieser... Das war da, wo die Chromato Special Moves gelernt haben. Ja, jetzt erinnere ich mich wieder. Ähm... Da war diese... Diese riesige Steinspinne, ja. Und... Die haben wir besiegt. Die war Level 35. Das war die letzte Hauptaufgabe. Aber theoretisch hätte ich genug Geld gehabt. Dann hätte ich das direkt am Anschluss machen können. Das heißt, wenn ich Level 35 gewesen wäre. Ich war sogar hier. Ich war hier Level 35, als ich hier reingekommen bin. Ähm... Ja! Wäre ich so Ultra untergegangen. Das ist so furchtbar. Was heißt hier? Ultra... Ich gehe Ultra unter. Die kriegen alle auf Level 50. Ja, klar. Ja, klar. Vor dem Bossfight werde ich mich erstmal auf Level 99 hochgraten. Das habe ich jetzt gerade beschlossen. Vor dem letzten Bossfight des Spieles. Glaube ich echt so. Ähm... Mal so eine ganz dumme Frage. Bin ich hier nur hingegangen, um hier ein paar Bonuskisten zu finden. Und sonst gibt es hier nichts. Ich fürchte es. Huuuuh. Naja, solange wir unser Chromatis-Modi haben und 15 Wasser des Lebens haben. Äh, Tränke des Lebens. Passt es schon fürs Erste. Irgendwie werden wir es dann schon durchschaffen. Ey, Leute. Wir sind in dem Spiel... Ich glaube, ein oder zwei Mal erst gestorben. Hm. Aber echt nicht oft. Nee, wir sind echt nicht oft gestorben. Liegt auch... Also... Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich super gut spiele. Aber ich habe heute wirklich halt Erfahrung. Weil ich halt 90 Stunden in den Test-Ziele 1 verbracht habe. Und das hilft schon ein bisschen, dass ich immer so ein paar kleine Kniffe raus habe. So. Aber im Endeffekt hat uns das jetzt nichts gebracht. Weil hier gab es ja nichts. Ja, schön. Hüpft mich alle an. Schön. Ich finde es schön, wenn die Gegner nachspawnen, wenn ich nur einen Raum daneben bin. So. Ist so furchtbar. So. Voll. Voll. Okay. Äh. Komm. Wechsel. Äh. Ich habe es. Komm. Komm. Bitte. Komm. Ja. Funkelter Käfig. Okay. Das ist mal ein neues... Äh. Komm. Ja. Du fällst mir. Ja. Also auch. Gefällt mir nicht. Geh. Gefällt mir nicht. Da hast du die Blower Blase. Und noch eine Blower Blase. Die Blower Blase ist so ineffektiv. Ich liebe sie. Liegt aber mit zwei Kammern durch die Gegend. Komm. Bei ihnen. Aber dafür ist es cool, weil es eine Blower Blase ist. So. Level Aufstieg. Level Aufstieg. Das brauchen wir auch. Jetzt sind unsere Leute hier auf 1140. Okay. Fehlen nur noch acht Level. Dann sind wir so wie hier die Standardgegner. So. Schauen wir uns mal an. Ha. Nur 1145. Ne. Aber dieser Special Gegner, von dem wir die Energiequelle bei mir jetzt mal bekommen haben. Sieh, aber Level Aufstieg. Naja. Also die Standardkämpfe sind wenigstens Problem. Also es war ja nie so, dass man den Standardgegner echt untergegangen ist. Selbst wenn man unterlevelt war. Ist gut. Schlecht. Kann man sich selbst entscheiden, was das ist. So. Und noch eine Feuerverbindungsweite. Da könnte es was. Okay. Läuft. Und irgendwann kriegen wir so gute Erfahrung. Und ich sag mal. Vielleicht schaffen wir es ja doch noch Hochzeiten. So. Da hier ein Speicherpunkt ist, glaube ich, als nächstes wird irgendwas Schlimmes passiert. Ich weiß nicht, wo die Energiequelle sein soll. Wir waren in jedem. Na, warte. Auf der Seite waren wir nicht. Auf der Seite waren wir nicht. Wir haben uns ja noch auf der anderen Seite umgeschaut. Da oben ist auch noch eine Tür. Ach, schade. Na, vielleicht ist da der Special Super Gegner drin. Der hier. Was für uns hat. Wir brauchen ja wieder die Energiequelle, um weiterzukommen. Warte. Wir müssen uns um den Kümmern. Ich hasse diese kleinen Viecher. Wissen wir, warum ich diese kleinen Viecher so abkommt. Die fassen. Ähm. Ersten Test-Ziel 1. Es gab es ja, habe ich schon ab Test-Ziel. Den Bonusland schon Magnusierter. Da gab es diese Viecher. Und das war, also es war halt, Magnusierter war halt der Ort, wo man sich auf Level 99 grindet, weil da alle Gegner gute Erfahrungen geben. Und das waren die Nerfaxen-Gänge, weil die einen immer versteinert haben mit so riesigen Flächenattacken. Wissen wir mal, ich habe da fünf Stunden, äh, okay, fünf Stunden. Es ist super tief. Eine Stunde habe ich aber gelevelt, nicht gespeichert. Dann kam dieser kleine Wichter, eine ganze Party versteinert und alles war weg. Weil wenn alle Partymitglieder versteinert sind, dann ist das Spiel, dann bist du Game Over. Da, Leute, habe ich gelacht. Da habe ich mich totgelacht. Und deswegen hasse ich diese kleinen Dinger. Die haben immer so richtig fiese Attacken. Ihr habt Pech gehabt, hast halt kein Verlangen. Ich tue dir trotzdem weh. Ganz ehrlich, die sagen immer, ich will euch nicht wehtun. Aber dann, aber dann, ich will, ich will ihnen ja auch nicht wehtun. Ich brauche halt diesen dummen Wegweiser. Er weiß doch, dass wir diesen dummen Wegweiser brauchen. Ich meine, der kann uns ja irgendwie geben oder so. Das kann dem doch wurscht sein. Und, hallo, wenn er sich darauf verlässt, dass wir irgendwie da, dass ihr, ähm, also wenn er auf Kronos Seite ist, dann kann er sich ja mal eh wurscht sein, weil der, äh, der würde wahrscheinlich schwächer sein, das Kronos. Und, da kann er, äh, kann es ihm ja egal sein, weil der, weil, müsst ihr wissen, dass Kronos hier uns fertig macht. Und, das heißt, er will, er ist, ach egal, ich sehe ich Ärger mich gleich. Aber der wäre eh gegangen, wenn man es kämpft, nicht weiß, ist doch... Ich frage mich nur, was Odin ist. Odin kenne ich gar nicht in Taysa Cecilia. Also, normalerweise sind ja alle, ähm, Bestien, Beschwörungen und, wie sie auch immer heißen mögen, äh, oder große Geister halt. Hier sind ja in allen Taysa-Spielen gleich. Mein Asker hatten wir schon mal in Taysa-Symphonia. Äh, und Max, selbst Maxwell konnte man in Taysa-Symphonia finden. Also, ganz viel Krimskrams konnte man da, also, sie denken sich halt eigentlich nichts anderes aus. Ist jetzt nicht so schlimm, weil, finde ich eigentlich immer ganz nett, aber, ich verstehe, was ich meine. Aber Odin ist jemand, den ich zumindest aus meinen Taysa-Spielen bis jetzt noch nicht kenne. So, hüpfen wir mal hier runter. Ich wette, hier wartet dann irgendwo so ein kleiner Special-Gegner auf uns wieder. Ist da ein Special-Gegner? Ne, der ist nicht special genug. Ah, weglaufen! Oh, du stehst mir jetzt aber ganz fies im Weg. So, oh, Puddingkuchen. Diesmal löse ich aber wirklich Puddingkuchen ein. So, ich hasse Puddingkuchen. Ich will da immer irgendwie armer Ritter aus. So. Ah, ha, und sogar. Ah, sehr geil, ihr hattet uns vergessen. Sehr schön. So, vielleicht können wir ihn besiegen. Ja, so, pass auf. Und weg mit dir, Klopskerl. Puh, sehr schön. Okay, übrigens, das hat mich ein bisschen... Erschreckt, Leute. Ähm, ich muss mich ja immer so informieren, immer ungefähr, wie lange es so Puddingkuchen dauert. Ich habe jetzt Testosterior mir nichts angeschaut, was danach kommt. So, das würde ich niemals machen, weil ich Testosterior da echt gespannt bin, was auf uns kommt. Aber ich habe mir einfach mal gegoogelt, wie viele Kapitel es spielt. Und es hat nur 15 Kapitel. Und wenn man sich überlegt, dass wir jetzt schon bei Kapitel 10 sind, dann finde ich das echt ein bisschen schade. Also, das heißt ja im Endeffekt, unsere Reise... Also, nicht jetzt bald, aber nicht mal... Äh, kommt hier tatsächlich an mir. Achso, das ist Mila, das ist doch geil. Ähm, das heißt aber wirklich traurigerweise, wir haben hier schon zwei Dill des Spiels geschafft. Und, ja, das ist irgendwie traurig. Finde ich echt traurig, Leute. Ich will ja eigentlich noch weitermachen. Ich kann ja noch 100.000 Stunden weiterspielen mit der Party. Es macht so... Es macht einfach Bock, hier mit der Party zu spielen. Ich hätte zwar noch lieber meine Mila dabei, aber... Details, Leute. Details. Äh, geht es da runter? Ist da irgendwas Specialmäßiges? Nein, das ist nichts Specialmäßiges. Äh, kannst du das Elementärzt nehmen? Dankeschön. So. Gerade bin ich ja echt gewillt gegen jeden Standard gegen also kämpfen. Weil... Ich brauche die Erfahrung. Ich muss mal gleich schauen, wie viele Erfahrungen die überhaupt genau geben. So, weg mit euch kleinen Viechern. Ah, du verteil... Ey, der Typ verteilt dich schon, bevor ich überhaupt zu ihm hingelaufen bin. Das sind mir sympathische Gegner. So, kommen wir in alle... Jetzt kommt die Kollegen! Ja, Mila... Mila chillt, der heißt kalt. Die Schilder-Shot. Da ist ein Gegner. Was soll ich machen? Ich muss überlegen. So, 7 oder 6 Erfahrungen, das ist echt so richtig viel. Weil, ich meine, diese Special-Gegnern, die man... Diese Barokos da, diese Steinblöcke, die geben mir ja gerade mal hier 2000 Erfahrungen. Und das sind halt Special-Gegnern, die immer abhauen. Und wenn die hier schon 1000 Erfahrungen geben, echt nicht schlecht. So, jetzt sind wir ja rausgekommen in der roten Passage. Oh, und dann in Hinterhalt. Hinterhalte sind aber tatsächlich jetzt mal echt nicht schlimm. Weil der einzige Unterschied ist halt... Aber im Hinterhalt ist... Das wird nicht... Der einzige große Unterschied ist, wenn man wirklich einen Hinterhalt hat, dass man halt nur nicht zingeln wird. Also, Hinterhalt ist in Tales of Cedar 2 wirklich nicht schlimm. Also, in Passage Fallen Fantasy ist es ja immer so... Wenn man irgendwie in Hinterhalt ist, also Ambush oder wie auch immer... Ähm... Dass man halt irgendwie... Dass die Gegner halt irgendeinen Vorteil haben oder erst angreifen können. Aber hier haben die Gegner echt keinen Schad... Also, keinen Vorteil im Endeffekt. Habe ich noch nie so ganz verstanden. So. Schauen wir mal hier... Also, ich werde... Wir müssen jetzt hier... Alles plapp machen. Dann uns... Irgendwo hier wieder so ein Special Gegner besiegen. Uns dann das... Die Stromkerle wiederholen. Und dann den ganzen Weg zurückgehen. Weil da vorne mal ein Speicherpunkt kommt. Und wenn man mal ein Speicherpunkt kommt... Äh... Ist da... Ist entweder... Äh... Ende des Levels oder ein Bossfight. So. Also, Ende der Location habe ich jetzt gemeint. Also... Dass wir halt dann in eine andere Location gehen. Und... Ich glaube, da... Kommt halt eher der Bossfight. So. Finde ich aber auch ganz schön, dass die mal eine Weile dauern. Also... Weil es ist halt immer so... Eine neue Dimension halt. Und das ist nicht halt so ein 5 Minuten Level. Das finde ich eigentlich immer ganz cool. So. Da... Äh... Oh, da unten ist Wasser. Hm. Okay. Da gehen wir da nicht hin. Aber da gehen wir rein. So. Da ist ein kleines Item. Da ist ein kleines Item. Pikantes Hühnersushi. Mmh... Hühnersushi. So. Haben wir über... Hä, wir haben doch gar keinen... Doch, doch. Ich bin genau drauf und sage... Nö, wir haben Geld. So. Und... Gemüseset. Ach, Leute. Jetzt haben wir ein Gemüseset. Da bin ich so happy. Ah! Nee. Gemüseset hasse ich. Ich weiß... Das... Das erinnere... Das erinnere mich an... Äh... Taste of Grace's F. Da gab's... Ähm... Sind die Nebenmissionen... Eigentlich sehr ähnlich mit Taste of Celia hier gemacht. Äh... Test user 2. Dass du halt, äh... An einen Auftragsburg gehst und da dir die Aufgaben holst. Und... Da gibt's halt immer so Aufgaben... Ja, also sie sind im Endeffekt genauso. Physiige Monster, holen wir das Item, wie auch immer. Und ich weiß, da gab's so dumm... So eine dumme Aufgabe, du musst das so ein Gemüseset herstellen. Und ich hab das ums Verrecken nicht hinbekommen. Irgendwie... Ich hab das nie hinbekommen, wo... Ich weiß nicht... Keine... Aber da muss man ja echt kochen. Das gibt's ja hier in Taste of Celia nicht glücklicherweise. Ich hab das Kochen noch nie gemocht. Auch in Taste of Celia haben wir das ja... Ich glaub, kein einziges Mal benutzt. Äh... Und das hat mich so aufgeregt, weil ich dieses dumme Gemüseset nicht herstellen konnte. Weil mir immer da eine Ressource gefehlt hat. Da häng ich irgendwie bis zum Ende des Spiels hin. Deswegen hasse ich Gemüse in diesem Spiel. Gemüse ist das Böse. So. Sehr. So, jetzt. Fuah! Verbindung hier. So. Die Pistolen sind schon cool. Besonders, weil es jetzt... Eigentlich sind es keine Pistolen. Eigentlich sind es Uzzis, aber irgendwie schießt sie genau wie Pistolen. Das find ich irgendwie nicht so cool. Aber man kann nicht alles haben. Okay. Dann, was haben wir hier? Nichts. Ach, da ist noch so einer von diesen Schweilen. Okay. Ich würde jetzt doch gerne mal hier wieder den nächsten Fight haben. Oh. Wo geht's da hin? In eine Höhle, oder? Kann man da einfach nur runterhüpfen wieder. So. Komm. Baller. 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 Äh. Bin ich vergiftet? Bin ich gar nicht cool. Ich hasse Fledermäuse, die mich vergiften. Komm. Jetzt. Fuhrverbindungskanone. Aber das sind jetzt auch wieder. Zum Beispiel, wenn ich Donnergrall machen und Blasenkanone. Bei beiden kommt die Feuer. Oder nee. Bei Kreuzfeuer. Bei beiden kommt die, ähm. Äh. Kommt hier diese Feuerverbindungskanone. Und nicht unterschiedliche Moos. Das find ich echt schade. Es gibt so viel weniger Moos. So. Da wurde mir doch gerade was angezeigt. Hä? Habe ich mir das gerade angezeigt? Doch, hier. Und der ist der Ruin. Hä? Was? Ach so. Da. Ach so. Ich dachte mir die ganze Zeit. Was meinen die da? Okay. Und das wieder ein Special-Gegener. Okay. Und dafür haben wir unsere Komatis-Ansäge. So. Wandel das Skelett. Äh. 2000. Nee. 25.000. Äh. Kein Ding. Aber Level 48. Das heißt, wir machen ihm keinen Schaden. Das heißt, wir machen es gleich so. Wir können ihn. Wir müssen eigentlich nur einmal ein mystisches Artist machen. Und dann ist er hier gleich weg. 26.000 Leben zieht es auf die mystische Art. Das ist sehr geil, der Mann. Ja. Aber es gibt nur sechs Mal Erfahrung. Das kleine Viecher finde ich gar nicht cool. So. Wir haben eine weitere Energiequelle jetzt hier bekommen. Und das heißt, wir könnten sie hier einsetzen. Oder im Stockwerk darunter. Die Frage ist natürlich, was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir setzen jetzt erstmal hier einen, weil... Ja, da gibt es halt noch eine Höhle. Aber ich bin jetzt auch nicht sicher. Aber ich würde jetzt mal tippen, die Energiekönnen sind auch jetzt hier wirklich nur so auf... Also auf Stock... Auf Stöcke bitte. Also, dass ich sie halt wirklich in den Stock reintun kann. So. Sehr. Macht zwar keinen Schaden, aber... Sieht ihr mal cool aus. So. Funkel der Käfig. Warum mache ich schon wieder Funkel der Käfig? Oh, ich habe keine Ahnung mit dem mystischen Artist. Äh, mit dem. Komm, ihr hattet es hier vernünftig fertig machen können. Klopps, Gerl, hör auf damit. So. Ach, jetzt kommt wieder wieder mit dem geilen Flammenball. So. Das ist die Attacke, die kommt doch, glaube ich, Musette. Die ist ja richtig fies, wenn ein Gegner sie drauf hat. So. Aber wenn wir sie können, finde ich sie super fair. Dann... Dann ist sie eine super fair gebalancede Attacke. Du, Beauty-Tipo. In deinen Träumen. In deinen Träumen. Okay. Hm. Wir machen das jetzt einfach mal ganz schlau. Wir tun jetzt einfach mal schnell speichern. Und ich tue es einfach mal hier rein. Und wenn es schlecht ist... Ach. Das werde ich hier nicht machen, aber zu sicher speichere ich mal. Es ist nicht schlecht zu speichern. So. Komm. Komm, 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 komm. Und dann tue es mal da rein. Und... Jetzt öffnet sich hier wieder was. Die Frage ist natürlich, wo wir jetzt hinkommen. So. Jetzt kommen wir hier zum vierten Vestor. Okay. Nee, jetzt... Jetzt sind wir... Jetzt sind wir einfach wieder ganz... Ganz oben. Oder nee. Warte. Das dritte Vestor? Oder ist es dann das zweite Vestor? Ach so. Das ist da, wo wir vor waren. Okay. Dann ist es doch gut, dass wir hier das gemacht haben. So, warte. Wo wollte ich jetzt aber gerade hin? Das dritte Vestor, oder? Ich bin gerade echt verwirrt, Leute. So, hier komme ich zumindest her. Dann gehen wir halt einfach nochmal in die Höhle. Aber im Endeffekt heißt es ja, wir wollen in das erste Vestor. Und da wir gerade hochgehen, weil wir sind ja vom zweiten Vestor an das vierte Vestor gegangen. Heißt es, im Endeffekt laufen wir im Kreis. Also, wenn ich da jetzt rauskomme, egal wo es sein wird. Boah, schau dich mal die Hinkwaggacken an und an. Was ist denn das? Aha. So, wir werden da jetzt den Weg laufen. Und dann irgendwo rauskommen. So. Nein, wir werden... Hä? Wir werden da im gleichen Stock wieder rauskommen sogar. Okay. Ich lasse mich einfach mal überraschen. So, 9.200. Geilt. Geil. So hört sich das. So sollte in jeder Kiste einfach immer hier rumliegen. Also, ich bin da ein bisschen verwirrt. Also, weil wir sind ja aus dem vierten Tor sind wir ja gekommen. Okay. Das ist ganz oben. Das ist das Blaue. Danach sind wir in das Gelbe gegangen. Und dann, weil wir keinen Teleport hatten, sind wir in das dritte Vestor gegangen. Aber im dritten Vestor ist ja wieder eins über dem zweiten Vestor. Das heißt, wenn wir jetzt hier einfach weiterlaufen, laufen wir im Endeffekt ja nach oben. Und das heißt, wenn wir nach oben laufen, laufen wir einfach mal wieder dann... Dann sind wir wieder im vierten Vestor. Das heißt, diesen ganzen Weg, den ich jetzt laufe, sag ich ja schon mal, der ist umsonst. Aber egal. Wir laufen ja gerne in der Pampa rum. Ich liebe es hin. Modrigen, äh, Höhlen mit Fledermäusen rumzulaufen. Das ist mein Lieblingshobby. Also, wenn wir so auf sowas nicht stehen, Leute, das kann ich euch nicht nachvollziehen. So, komm. Ich bin mit dem Hammer. Jetzt geht's auch. Feuerverbindungsseile. Ich liebe sie. Sie sind so cool. So. Und weg mit dir, du kleines Mandragora. Ich weiß nicht, irgendwie so, was ist das drachenmäßig? So. Und wiedersehen. Aber egal. Solange wir unseren Chromatismodus haben, läuft alles. Solange ist alles gut. Wenn der mal leer ist, dann haben wir ein Problem. So, was haben wir? Level 42. Ach, da. Vielleicht wird unsere Party ja doch hier noch auf dem, auf einem guten Level sein. Irgendwann mal. Irgendwann mal. Dass wir dann so eine, immer so eine Hauch, eine Chance haben gegen den Bossfight. So, Froschneider. Ich weiß nicht, wie ich das hinbekomme. Aber ich find's geil. Warum hab ich auf einmal ein anderes Artist hier hinbekommen. Hä? Ich hab... Nein, ich hab das mit der Azur-Schneide gemacht. Also, hä? Ich versteh das nicht. Ich versteh das nicht. Deswegen sag ich ja, muss ich Mila und Jude haben. Weil wenn ich Mila und Jude hab, dann weiß ich genau, welche Art es sie haben. Da kenn ich alle in... Oh, und auswendig. Oh, das heißt Mikro. Oh, das heißt Mikro. Oh, das muss ich umsetzen. So. Aber Leute, jetzt mal ganz ehrlich. Ich muss mir ja immer... Also, das ist, find ich, mein größter Kritikpunkt echt an dem Spiel. Und das find ich jetzt so strunzdumm, dass man das gemacht hat. Eines der geilsten Gameplay-Elemente, wirklich aus Teil des Ziele 1, war die Option, dass man Charaktere im Kampf auswechseln kann. Es ist so ein sinnvolles Feature gewesen, was so toll einfach das Gameplay ergänzt hat. Und es ist so eine Frechheit, wirklich, dass man das rausgenommen hat. Also, vom Kampfsystem ist das wirklich mein größter Kritikpunkt. Weil ich find das einfach dumm. Warum hat man das rausgenommen? Es ist so super, dass man, wenn man kämpft, dass man, wenn man auf den Stick drückt, dass man Teamkollegen auswechseln kann. Wisst ihr, wie praktisch das ist? Ich sag jetzt mal, ja gut, beispielsweise, ein Teamkollege muss geheilt werden, okay? Sagen wir es mal so. Ein Teamkollege muss geheilt werden. Ich hab aber jetzt nur, weiß nicht, Rowan, Elvin, Gauss und halt uns dabei, okay? Gauss hat wir nicht leben, okay. Naja, das kann ich nicht leben. Dann kann ich jetzt das Beispiel dann, hier, wen hatte ich das anders? Ich sag jetzt einfach mal Elvin, Elvin hatte ich. Auswechseln und dafür Chaos reintun. Ähm, dafür Layer reintun. Und wisst ihr, wie praktisch das war? Und ich versteh's nicht, warum man das Gameplay Element rausgenommen hat. Es ist so ein tolles Feature gewesen und ich muss sagen, es nervt mich einfach, dass man das rausgenommen hat. Ich versteh's auch nicht. Was ist das Ding, was ist da für der Grund? Es würde mich echt interessieren. Weil es ist auch so blöde, dass ich nur in den Städten meine Party auswechseln kann. Das macht es einfach nur. Ich versteh schon was, äh, teilweise auch was sie hinaus wollen da drauf. Dass man eben in speziellen Missionen nur speziell Team mitgliedert. Aber das ist doch nicht lustig, Leute. Ja, ich kann, mir ist es ja wurscht, wenn meine Kameraden nichts in der Katzchen sagen. Aber ich will halt mit denen kämpfen. Das ist mir ja wurscht, wenn sie, ey, wenn sie irgendwie nichts so Relevantes sagen. Aber ich find es wirklich, also das muss ich sagen, ist echt mein größter Kritikpunkt. Wirklich, weil es ist eines der besten Features und man hat es einfach eiskalt weg rationalisiert. Ohne einen betrefflichen Grund. Ja, wir haben ein cooles Feature, was die Kämpfe viel leichter, viel besser macht, viel taktischer. Nöööö. Ich mein, es ist halt ein geiles Feature. Vor allem, weil sie sehen, hab ich es auch geliebt, dass man einfach mitglieder rein und raus wechseln kann. Es ist ein tolles Feature, Punkt. Da wird mir ja keiner hier irgendwas abstreiten. Und das, muss ich sagen, nervt mich tierisch an dem Spiel. Also, es nervt mich einfach, weil es ist so ein, es ist so ein befreiendes Gefühl, wenn man Teammitglieder die ganze Zeit ein- und auswechseln kann. Und halt nicht dazu gezwungen ist, oh, jetzt muss ich erstmal wieder in die Stadt gehen und da hier meinen Teammitglied holen. Ah, aber naja. Das, also das und natürlich Luger persönlich sind die größten Kritikpunkte in dem Spiel. Technik ist mir ehrlich gesagt wurscht. Oh. Oh. Wo sind wir denn hier gelandet? Äh, ich würde jetzt mal kurz durchlaufen, weil ich will gar nicht echt wissen, wie ich jetzt will. Bin ich jetzt wieder einfach mit dem obersten Stock? Ah, warte. Gab es am obersten Stock nicht einen Fleck, wo wir nicht hinkommen? Vielleicht kommen wir da jetzt raus. Jetzt lass mich mal hier in Ruhe. Dann lass gleich mal in Chroma-Modus hier. Voll Chrome hier. So. Alles so Chromfarben. Oh mein Gott. So. Und weg mit dir. Dankeschön. So, ich laufe jetzt mal kurz. Ja, 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 ja. So, welche Level haben wir zum Party mitgliederts will ich schauen? Ähm, 42, 43, hören wir vielleicht noch vom... Ach, komm. Es ist doch nicht jetzt ernähren. Jetzt hab ich euch echt keinen Bock mehr. So. Boah. Die dumme Fliedermaus. Ja, klar. Ja, reicht schon wieder Luger. Ah, jetzt hab ich mir ein bisschen alles nicht hinbekommen. Ich hasse diese Drecksfeldermäuse, weil ich die einfach nicht vernünftig treffe. Ich hasse sie. Komm, geh sterben. Geh sterben, geh sterben. Grausam sollst du sterben hier. Ganz ehrlich, Leute. Chromar hat im Moni mehr gemacht und dann nicht mehr es geschafft, die Gegner zu besiegen. Zum Beispiel. Bestes Beispiel, Leute. Wenn ich jetzt hier... Ey, wenn ich jetzt dieses coole Gameplay-Feature hätte, dass ich Teamkollegen einer auswechseln kann, hätte ich jetzt Elvin einwechseln können. Und das wäre so cool gewesen. Aber nein, es geht nicht. Also, sag ja, das... Also, wer auf die Idee gekommen ist, das super Gameplay-Feature weg zu rationalisieren, denn der arbeitet hoffentlich nicht mehr bei Taser's Hysteria mit. So, genug aufgeregt. Jetzt sind wir hier einfach wieder, wie ich gesagt habe, in dem Stock, wo wir herkommen. So. Können wir mich mal kurz alles... Eine Sekunde nur lassen. Dankeschön. Hm. Aber hier waren wir noch nicht. Okay. Es kann aber auch nur sein, dass ich es vorher übersehen habe. Das heißt jetzt nicht so viel. Wir sind ja eindeutig wieder in dem Stock, wo wir hergekommen sind. Hm. Wartet mal. Schauen wir uns mal kurz um. Bitte, Gegner. So, doch mal. Ach, besonders. Ich glaube, wir... Wisst ihr was? Wir machen jetzt was, was wir, glaube ich, noch nie gemacht haben. Entkommen. Ui. Ui. Ich bin uns gar nicht ein Trank des Lichts, weil ich habe gerade keine Lust auf Gegner. Ich will mich nur kurz mal hier oben schauen, ob hier vielleicht irgendwo eine Tür oder sowas ist. Äh, wo ich noch nicht war. Das ist ja gut möglich. Weil hier sind überall Kisten, die wir noch nicht aufgenommen haben. Vielleicht ist es ja wirklich ein Stock, wo wir noch nicht waren. Warum spawnen da jetzt überall Waffen? Das finde ich gar nicht cool. Beim letzten Mal habe ich all mein Geld für Waffen aufgegeben. Wenn wir jetzt spawnen hier überall Waffen. Ich fühle mich gerade veräppelt, Leute. Warte. Ich warte, das sind alles bessere Waffen. Oh, nein. Ja, aber die sind eindeutig besser. Ich hasse es. Ja, ja. Ich kaufe mir im letzten Mal super coole neue Waffen. Und dann, und dann. Warte, hier. Besser. Haben wir hier was Besseres für sie? Nein. Ah, ich will aber Waffen hier noch schauen. Hier bei ihr. So. Und Schicksalssch. Okay, passt. Ach so. Hier war. Also hier konnte man ein bisschen Bonuszeugs abgreifen. Ja, okay. Nicht das sinnvollste der Welt. Aber, naja, okay. Dann ist es nicht so schlimm. Na ja, dann haben wir immer was gescheites gefunden. Aber trotzdem. Das Problem ist trotzdem. Ich weiß nicht, wo es weitergeht. Weil es ist wurscht, wie wir laufen. Wir kommen immer in der Sackgasse raus. Ich kann jetzt ja auch gerne wieder zurücklaufen. Aber, das ist ja im Endeffekt dann auch nur, da kommen wir auch nur an dem Fleck raus, wo wir wahrscheinlich vorher halt nicht hingehen konnten. Und erhalten jetzt wahrscheinlich dann auch noch ein paar unterschiedliche Items oder so. Aber ich meine, richtig started, der mal weiterkommt, das tun wir hier auf keinem der Gänge hier. So. Bitte lass mich ruhe, bitte lass mich ruhe, bitte lass mich ruhe. Dankeschön. Ah, geh weg, Dickerle. So. Und wunderschön läuft er da wieder vorbei. Und hier, hier müssen wir lang, weil hier waren wir vor auch noch nicht. Ich, ich hab keinen Bock mehr gegen Fledermäuse zu kämpfen. Nerven mich. Weil ich vor, ey, mit der Chromatus-Energie hab ich sie einfach nicht töten können, weil sie immer von meinem, weil sie immer von meinem Schlag weggelaufen sind. So. Also hier sind wir vorhin noch nicht rausgekommen. Das heißt, wir schauen uns jetzt einfach mal hier um. Eher im nächsten Part, weil der Park gleich vorbei ist. Aber hier hoffe ich einfach mal, dass es da irgendwie weitergeht. Weil ansonsten haben wir ein ganz, ganzes Problem. Jetzt, nerven mich nicht. Bam. Hast du da vorhin. So, benutze ich hier alle meine anderen Artists. Das ist hier, die ich nie benutze. So. Nun schauen wir noch, was hinter dieser spannenden... Oh, ich dachte, da wäre irgendwas cooles. Okay. Na. Ich dachte, da wäre jetzt noch irgendwie das super tolle Mörder-Supermonster, was uns eine Milliarden-Erfahrungspotor gibt. Und ich glaube, die Fledermäuse schon wieder nicht. Ich hasse Fledermäuse. Der... Bitte, Mila. Ich will ein Kommen. Ja, das haben... Bitte, 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 Mila. Bitte. Nein, ich will nicht, dass die beiden ein Kommen. Ja, das haben wir ein Kommen. Ja, das haben wir ein wenig. Obwohl, doch, das haben sie ja kurz gut gemacht. Ha. Elise und... Äh... Elise und, äh... Leia. Effektive Nahkämpfer. Äh, effektive Angreifer. Wer hätte damit gerechnet, Leute? Mila? Du darfst ruhig angreifen. Ich weiß nicht, warum sie nicht angreift. Ich mache immer zusammen Handeln. Und das heißt einfach nur, dass sie da neben mir steht und nicht angreift. Sehr cool. So, nun würde ich sagen, müssen wir aber doch leider einen kleinen Cup an. Schauen wir noch, was in der Tour ist. Ein... Drei Mischgummis. Oh, sehr schön. Ähm, und dann würde ich sagen, machen wir nun einen kleinen Cut und bis zum nächsten Mal. Haut rein dann, euer MC Mafix. Bis dann, haut rein. Ciao.